Das, was wir reingebracht haben, war eine andere Art von Fußball, als hier gespielt wurde. Und die Spieler haben sich dafür begeistert, hat aber mit sehr viel Aufwand. Wir wollen pressen, wir wollen den Gegner unter Druck setzen, wir wollen offensiv spielen. Aber offensiv spielen ist ein Stück schwieriger als defensiv spielen. Man muss bei mehr laufen. Das ist es. Und jetzt kommt aber eins dazu, dass die Art und Weise, die wir reingebracht haben, natürlich noch nicht so gefestigt war. Und jetzt haben wir in gewissen Phasen auch genau die Eckpfeile, die wir aber zu diesem Spiel brauchen, die sind uns weggefallen. Das heißt, diese Sicherheit, die wir dazu brauchen, die ist auch verschwunden. Und plötzlich konnten wir das nicht mehr ganz so umsetzen.